Wir brauchen noch die zweite Herzhälfte. Ach, das ist bestimmt ihr Mann. Oh nein, sagt nicht, ihr Mann ist im Krankenhaus gestorben. Das wäre jetzt gemähne. Deswegen ist sie ganz alleine. Und die Enkel sind ja, also ihre Tochter und Sohn sind ja auch nicht mehr da. Oh, das strahlt aber vor der Knöpfe. Oh, 5 von 5, geil. Das war nicht so cool. Es sah spektakulärer aus, als es war. Das letzte Blatt. Oh nein, der Friedhof. Oh nein, wir gehen jetzt bestimmt ihren Garten beerdigen. Oh nein. Gott, ich habe mich gerade erschreckt. Warte, ich glaube, ich nehme das Licht mit. Oh nein. Was? Komm mit. Es kommt nicht mit. Achso, wir werden uns nicht dran festknoten. Schön. Schön. Ui, 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 ui. Schön festhalten. Schön festhalten. Oh ja, es ist die Beerdigung. Nein. Oh nein, 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 nein. Oh, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Es ist die Beerdigung. Ich will jetzt aufhängen. Ah, nein. Ich habe mich zu spüren festgehalten. Oh. Oh, festhalten, 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 festhalten. Oh, das zieht schon ganz schön. Komm mit mir, Lampe. Wir zwei, durch den Sturm. Ja, ne, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Jetzt. Oh, das sieht sogar aus, als hätte die Lampe so einen kleinen Schlitten. Oh. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, das ist ja gemein. Oh, nein, tu uns das nicht an. Es geht zwar Höhen und Tiefe, aber bitte nicht jetzt. Wisse. Oh, ich muss, ich warte, ich will gerade auf den Wind warten. Oh, nein, 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 oh. Verdammt. Jetzt komme ich nie wieder da hoch. Oh, was? Wir starten wieder hier. Ach, stimmt, ja. Ah, 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 festhalten, 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 festhalten. Sei stark, mein Guter. Sei stark, mein kleiner Garni. Sei stark. Das erinnert mich gerade an Journey. An den, an die letzten Folgen Journey. Komm schon. Okay, warte, jetzt kommt gleich der Wind. Hoch. Oh. Halt dich fest. Nein, nein. Oh, nein. Nein. Oh, unser Zweck gewinnt. Nein. Oh, nein. Das ist traurig. Oh, nein. Oh, halt dich fest. Glück gehabt. Glück gehabt. Hauptsache, der Ast steht. Also, er liegt hier eigentlich mehr. Aber uns weht es halt weg, ne? Ressert. Ah, wir haben unsere Lampe. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh Gott, halt dich fest. Ich save mich mal kurz. Nein. Nein, ich drauf springen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich weiß, dass der Charakter eigentlich Jarni heißt. Oder doch, Jarni. Äh, wir nennen ihn Garni. Weil ich das jetzt gar ein Männchen nenne. Oh, Mann. Müssen wir jetzt die Brücke bauen? Oh, halt dich fest. Halt dich fest, mein Guter. Es wird stimmig. Oh, Mann. Das ist so deprimierend. Ah, du gemeiner Wind. Komm schon. Komm schon. Nein. Oh, ist das eine Frechheit. Ich hab dich. Nein, Lampe. Bleib hier. Fest finden. Nein, mitkommen. Mitkommen. Nein, 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 nein. Das ist doch mit Absicht. Das macht der Wind mit Absicht. Das wissen wir jetzt alle. Lass die Lampe... Ja, ich lass die Lampe stehen und halt mich fest. Die Lampe ist ein bisschen stabiler als ich. Oder als wir, besser gesagt. Nein, 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 nein. Grat, so doch. Reflexe wie ein Tiger. Bringen wir jetzt das letzte Licht zum Grab? Trauernden. Ähm, 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 ja, Lampe, du weißt schon, ich bestehe nur aus Garn. Also, nicht so hektisch. Oh. Oh. Oh, oh. Großes Oh, oh. Ähm. Ach, du heilige. Nein. Ah. Mh, ich hasse Wasser. Miss. Muss ich die Lampe jetzt hier stehen lassen? Weil, wie kommen wir sonst nicht rüber? Oh, nein, nein, nein. Oh Gott. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, er ist geschafft. Schüttel dich. Komm. Oh Mann. Ich musste meine Lampe zurücklassen. Warum? Oh, ich dachte, ich muss aufspringen. Oh, für alle. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. Oh, geschafft. Schimpf sich dann überwunden. Oh, wenn jetzt ein Wind kommt und mich den ganzen Weg zurückschleudert. Oh, verfluche ich den. Oh, verfluche ich den. Ich verfluche den dann echt. Komm schon, wir schaffen das. Wir werden selbst diesen einzigen Weg meistern. Ha! Safe! Ah, komm schon. Ich habe dem ersten eine Schleife verpasst. Oh, nein. Nein, wir fallen übelst oft hin. Oh, da ist die andere Hälfte. Da ist die andere Hälfte. Und sie ist grau. Nein, 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 nein. Fang, 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 fang. Nein! Nein! Jetzt können wir es gar nicht zurückbringen. Jetzt können wir es gar nicht zurückbringen. Also strick uns. Bitte. Ganz großes Bitte. Ey, die Herzhefte ist auch wieder rot. Ah, Bärlauch. Da stinken wir alle wieder. Yay. Oh. Hä? Die Lichter helfen uns. Sehr geil. Yay. Endlich wieder Farbe und Fröhlichkeit. Juhu. Und Vögel. Oh Gott. Komm schon. Hopp. Hopp. Haha. Oh, ganz viel Lichter. Yay. Juhu. Yay. Oh. Das war nicht meine Absicht. Yay. Yay. Viel besser als jede Mücke. Yay. Noch höher. Juhu. Bis über die Wolken. Huch. Ey, das ist der Anfangssong. Der Fim-Song, oder? Pärzahn ist ein Scheiß gegen uns. Juhu. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Yay. 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 Oh, der Garten. Die Elster. Ich bring das Herz nach Hause. Eine andere Hälfte. Es hat wieder Farbe. Yay. Fuck, der Klee ist schön. Ah, es bekommt schon noch eine Perle, oder? Ah, nein. Ah, das war nett. Das ist ja nett. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Da ist nix gesehen. Oh, Zimtschnecken. Oh, Zimtschnecken. Zimtschnecken. Oh, ich wäre auch eine. Liebe verbindet. Mann, ist so schnell. Liebe verbindet wie ein Garnenfarben. Genau wie Garnen können diese Verbindungen zerre... Was? Äh... Zertrechlich? Achso, zerbrechlich. Das ist ein B. Achso, stimmt ja. Genau wie Garnen können diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich... Und... Sie... Um sie kümmert, können sie jede Distanz überwinden. Oh, da gab's geil Salat. Oh. Erneuert. Jedes Ende verbirgt einen neuen Anfang. Das Leben schleudert uns... ...hin und her. Kann uns aber nur brechen, wenn wir es zulassen. Es ist immer ein Versuch wert, jedes Mal. Achso, quasi der Wieder... Also das Wiederfinden des Lebenssinnens nach der Beerdigung ihres Mannes. Ah, alles klar. Danke, dass du Unravel gespielt hast. Ah, die Credits als Buch. Ist das geil. Und wieder ein kleines Indie-Entwickler-Team, was so etwas Schönes verbracht hat. Oh, ich will das irgendwie als Plüschtier haben. So als Figur. Oh. Oh, das ist ja bestimmt alles so... ...in ne... ...in ne Garage oder gemacht worden. Oder so gemacht worden. Kann ich mir vorstellen. Wo können wir fahren mit zwei Kraya? Hm. Oh, das ist richtig schön gemacht. Oh. Die haben ohnehin jetzt für zwei Personen extra Motion Capturing quasi gemacht. Nein, 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 nein. Nicht so schnell. Motion Capture bei Imagination Studios. Krass. Wegen... Wegen... Musst ihr überlegen. Wegen zwei Charakteren. Morphans. Und noch mehr danke. Aber man muss überlegen. Für zwei Charaktere Motion Capturing Studios quasi zur Hälfte zu bezahlen. Das kostet übel. Und dann wegen zwei Charakteren. Da steckt so viel Liebe ins Detail drin. Ich meine, die müssen auch die ganzen Fotos für das Album irgendwo hergekriegt haben. And above and beyond. Duty Category. Oh. For being a huge support. Oh, by standing up for us. John McLaughlin. Mitsu Hirakawa. Peter Smith. Nein, nicht Pete Smith. Peter Zetterberg. Das ist doch Deutscher. Maria Andersen. Oh. You are helped us make this. They are. Oh. Das ist halt... Das ist halt die andere Seite. Ich bin ja... Ich bin ohne Witz. Ich bin ja echt gespannt auf das Indie-Game Fee, was jetzt im Februar rauskommt. Am 16. Sollte es, glaube ich, kommen. Weil das ist ja eigentlich auch nur ein Indie-Game. Also in Anführungszeichen nur. Es ist ein Indie-Game-Titel wieder. Wie Unravel. Wo ich doch hoffe, dass da nicht groß rumgefuscht wurde. Aber ich habe schon gehört, dass die Entwickler von Fee sich auch übel bedankt haben sollen bei EA. Weil die ohne EA zum Beispiel nicht das hätten möglich machen können irgendwie. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Weil das ist halt die andere Seite von EA eigentlich. Die gute. Die schöne. Ah, Blackwood. Blackwood Classic. Erinnerung. Das ist so gut gemacht. International Publishing Organization Communication. Oh, Mann. Certification Testing Team. PLM, please love me. Oh, ich kann das, glaube ich, stundenlang durchblättern. Der Soundtrack ist aber echt schön. Aber ich fand die Soundtracks auch richtig gut gemacht. Thanks for the Origin Team. Thanks for the Origin Team. Special thanks Adam Blythe, James Carter, Sam Dutton, Isabel Parker, Alex Springman. And Gameplay Service Team. And Gameplay Service Team. Yay, Darkborn Creative. Das ist ja so süß mit den Links. Oh, open source. Und das ist ja so süß. Wir sind jetzt also am Ende der Reise angelangt. Letztendlich ist ein Spiel zu entwickeln genau das. Eine Reise mit Höhen und Tiefen. Entdeckungen, Lektionen und vielen, vielen Schätzen, die man auf dem Weg findet. Für uns war es eine Reise wie keine andere. Wir haben es geliebt, dieses Spiel zu machen und wir hoffen sehr, dass euch das Spiel Spaß gemacht hat. Von uns allen bei Coldwood. Dankeschön. Eigentlich haben wir ja zu danken für das tolle Spiel. Ah, Mann, das war's. Ah, schade. Ah, schade. Also, wir haben nicht alle Secrets gemacht, aber wir haben viele. Mehr, als ich gedacht hätte. Ah, das ist so ein schönes Spiel. Mit Höhen und Tiefen wie bei der Entwicklung. Die haben das aber auch echt mit verdammt so viel Liebe gemacht, dieses Buch. Ich meine, du musst ja auch die ganzen Fotos musst du auch erstmal alle finden und herkriegen und da reinkriegen und die kreativen Texte dazu. Und auch das, das Schlusswort war echt schön. Also, ich, also von Coldwood, ich muss, ich muss dann mal direkt googeln, was noch so von Coldwood ist. Ich will da unbedingt mehr von haben. Weil das ist, es ist eine schöne Mechanik so mit dem, also Spielmechanik, Gameplaymechanik so mit dem Garn und so, dass du immer auch aufpassen musst, wenn das Garn knapp wird. Und das hat die, deine Knoten, die dann auch symbolisieren, wo es dann auch knapp werden kann. Aber ich finde, das ist einfach nur mit sehr viel Liebe zum Detail auch gemacht. So cool. Und mit den Anhängern, die muss ich es ja echt geben, weil die müssen ja, oder sie haben es ja reingefotoshoppt, aber das ist so cool gemacht. Was war das für eine Demonstration im Umbau? Die Spinne! Oh, ich kann das stundenlang durchplattern. Es sind halt echt Höhen und Tiefen dabei gewesen. Es war alles dabei. Das ist so schön! Ah, Winterwunderland. Ah ja. Ich hoffe, dass von Coldwood da auf jeden Fall noch mehr kommt, irgendwie in die Richtung. Das wäre schön. Das wäre echt schön. Ich weiß, das ist, ah, das Foto rechts ist jetzt auch endlich wieder komplett. Und die Blumen sehen auch wieder schön aus. Auf jeden Fall wieder ein schönes Indie-Game, aber mich erwarten jetzt bald wieder zwei. Schade, dass das schon vorbei ist. Aber auch die Idee mit dem Buch, so, das ist so schön gemacht. Und normal kannst du ja jetzt noch alle Kollektoren jetzt nachträglich holen. Also man kann ja jetzt wieder in die Bilder reinspringen. Aber die Katze ist weg. Das finde ich traurig. Wo ist die Katze hin? Mit, äh, die Katzenkerze. Hätte ich gerne wieder. Oh, es war so schön. Es ist ein echt schönes Spiel. Und für den, für den Preis, finde ich, war es total worth. Und im letzten Kapitel waren auch noch Knöpfe versteckt, aber die habe ich vergessen. Die habe ich eiskalt weggelassen. Oh, Mann. Jetzt müssen wir uns von einem kleinen Garnmännchen verabschieden. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch so ein Garnmännchen haben. Oh, ich möchte auch so ein Garnmännchen haben. Kann ich mir in mein Regal stellen? Nehmen mein anderes gehegeltes. Etwas. Ein Unmaiable 2 würde ich mir echt wünschen. Das als Multiplayer wäre das schon fast liken, wie so ein Dillewick-Planet. Das wäre aber schon auch übel lustig. Aber naja. Ich muss mir sagen, es ist Tschüss Garnmännchen. Tschüss Garni. Oh, ja. Tschüss Garni. Oh. Ich müsste nochmal spielen. Och so gucken. Tschüss Garni. Untertitelung des ZDF, 2020